Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac mit mir, Ed Winkmann. Beim letzten Mal hat Isaac versagt gegen sich selber und jetzt geht's weiter mit dem D-Six und seinen Abenteuern. Ähm, Chum of the Vampire, der Daddy, mit dem Daddy arbeite ich gerne. He's one faithful guy. Judgment. Na, hab ich wohl bis zu früh eingesetzt, weil, naja. Wir haben keine Kohle, aber pssst. Das weiß er ja nicht. Der arme Judgment. Find das alles noch heraus. Der Daddy. Der Daddy nimmt uns auf jeden Fall einen Haufen Arbeit ab, indem er das macht, was er macht. Uh, Mums Pearl. Erhöht die Chance auf Soul Hearts. Das ist, ähm... Ich find's komisch, dass wir das alles bekommen. Haben wir etwa... G-G-G-G-G-Glück? W-W-W-Was? Hm, nein, oder? Könnte es sein. Hm, hm, hm. So, damit hab ich irgendwie gerechnet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da kommt sowas bei raus. Wollte mich verarschen. Plan B. Ich bin hier nicht ganz dämlich. Hab immer einen Plan B in der Hinterhand. Hm. Okay. Nein, okay. Aber auch nur eine Münze. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Weil jetzt kann ich da unten mit Judgment gar nix anfangen. Judgy. Mein armer, kleiner Bubi. Gemini. Letztes Mal hat man noch Steven. Jetzt haben wir schon Gemini. Hm. Man sieht, der Daddy macht gut Schaden. Oh, hm. Daddy. Das hast du gut gemacht. Daddy. Ja. Hm. So. Oder. Ja, doch, ja. Leider Gottes. Hab ich gesagt. D6. Wird benutzt. Die ganze Zeit. Basement. 2. Nein. Seller. Weil ich ihn ja so mag. Ich bin ja so mag. Okay. Okay. Pokemon. Oh, du hast du. du und der die ich war ein der mini marsch mini mini wo zack die bohne au ich hab nicht aufgepasst nein 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 ah ja ok reroll also ich hätte nicht nochmal aufladen können das heißt es geht in Ordnung denke ich ähm da kann ich mal gucken famine konnte ich so oder so nicht rerollen also ist alles in Ordnung ich muss mir keine Vorwürfe machen das finde ich super kleiner Pupo oh man oh god der daddy hat mir geholfen ähm bin ich schwer gegen weil wir momentan wirklich verdammt wenig ähm Energie haben aus diesem Grund mhm erstmal eine Runde backtracken und dann auf zum nächsten Floor jup so werden wir es tun so kann ich glaube ich mit leben und zurück 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 Weiter, Caves. Nein, Catacombs. Das Glück des einen ist das Leid des anderen. Isaac hat den Daddy. Wen hab ich? Die Catacomben. Superdingen. Da ist jetzt... Blöd gelaufen. Okay. So. Der Daddy muss ein bisschen aufpassen, glaube ich. Was ich natürlich noch machen kann. Die Karte anhimmeln. Das mach ich gerne. Mach ich auch oft. Die Karte, 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 die Karte. So. Und... Und... Ah, na toll. Wuhu, 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 wuhu. So. Ah, dann können wir auch wieder... Gön. Ah. Ne, so wird dat nix. So wird dat nix, Freunde. ... Gerad nicht mit dem D6, weil den muss ich ja sofort benutzen, aber nein. Grrrr. Stopp. Nein, doch nicht. Oh, sie ist hart. Ähm, rechts Ha Ha, 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 ha Uptidu Glaube ich Na, 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 na So Oh Oh yeah, it's about to get real Oh, der Daddy Der Daddy, der Daddy, der Daddy Der müsste noch ein bisschen mehr machen Weil ich bin schwach Ich bin schwach In diesem Moment Und werd getroffen Oh Ich möchte nichts in Frage stellen, aber Alter, ist das groß Jetzt sind wir Curse of the Lost, habe ich fast verpasst? So scheint es nämlich Gut, den habe ich schon mal gefunden Das heißt Da könnte ich dann direkt gleich mal reingehen Um zu re-rollen Na, ist das nicht Wunderbärchen? Da hast Okay Ähm Oh Was? Oh Hm Es scheint ein XL Caves zu sein Das ist aber Schön zu wissen Erstmal Ja Ähm Hm Das lief ja ganz gut Carrying Queen Ja Ähm Zum Glück mag ich die Carrying Queen Oh Gott Ich hasse sie Man muss immer hinter dir stehen Und dann Ähm Dann sind wir den ganzen Kackhaufen Was erstärzend ist Die werden auch nicht gerade weniger, ne? Komm her Egal Ich habe getroffen Was? Oh Super Ähm Das hier sieht Nicht gut aus Oh Zum Kotzen Ich treff gar nicht mehr So Ist ja Ähm Echt super Wenn ich das mal so sagen kann Der trifft mich nicht Ich treff sie nicht Oder kaum Bei ihr das gleiche Es soll ja anscheinend eine Sie darstellen Die Carrying Queen Daddy kommt nicht hinterher Mann Spannung pur Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh 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 Alter Falter Mein Problem ist Also eins von denen Rerolle ich Und zwar jetzt Das ist das größte Problem Ich bräuchte eigentlich beide Was da ist ein Tiersab Komm Äh The World Full Health Das ist schon mal was The World Eins Zwei Zwei Drei Könnte ich ein Rerollen Eins Zwei Drei Zwei Drei Eins Zwei Drei Eins Zwei Wie es aussieht Fehlt mir genau Ein Raum Ich habe einen Fehler gemacht Sofort Give me Carrying Queen Zu kämpfen Das hätte ich alles Reborn können Und dann ist es noch Nicht sicher Weil Ähm Ich muss ja auch Erstmal In die Räume rein Und so Ne Und es kann auch Immer sein Dass jetzt auch Ein Item kommt Welches wir noch nicht Hatten Haben So Komm her Süßer Komm her Ähm So Wird gererollt Kann ich jetzt ein bisschen Ziehen Was hauptsächlich An der Tatsache liegt Oh Gott Hm An der Tatsache liegt Dass Ich weiß gar nicht mehr was ich sagen wollte Boah Scapular scheiße ist So So Ha Ha Gut zu wissen Arsch Jetzt schnell zurück Wird Ja Tatsache